Es kommt niemand, alles klar, einmal vor, aber auch mal links halten können. Die Molle. 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 Ja, das geht schon in die Richtung raus, das passt schon. Links abliegen. Verlauf sechs Kilometer voll. Wow. Das war so geil, diese Schelf-Cloud. Dieses Jahr hatte ich noch nie so ein scharfes Schelf-Cloud gesehen. Ich weiß gar nicht warum die so scharf war. Irgendwas hat da bei München die Luft vorher sauber gemacht. Uh, das war ein fetter Blitz. Mal schauen, ob man ihn gleich hört. Ich würde mal sagen, Note 6,5. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020